Was für ein Morgen! Oliver Geiselhardt, der Gedächtnistrainer, der bekannteste in ganz Deutschland, heute bei uns in der Show gewesen, um Nadjas Geburtstag mit zu feiern und ihr auch zu helfen, um ihr Gedächtnis zu trainieren und zu stärken. Olli, wie war es? Was hat es gebracht? Ja, können wir die Frage doch direkt weitergeben, Nadja. Wie war es? Gut war es. Ich kann mir jetzt Namen merken, ich kann mir jetzt Nummern merken und vor allen Dingen weiß ich, basteln Sie sich die kuriosesten Bilder, die Sie sich denken können, dann bleibt das auch alles im Hirn. Alle Infos zu Oliver Geiselhardts Technik, wie man sich die Dinge merken kann, bei uns auf der Homepage auf rpr1.de und morgen früh kommt er nochmal für alle Nachzügler, die vielleicht noch nicht so mitgekommen sind, wie ich zum Beispiel, wie man merkt, gibt es morgen nochmal eine Extra-Lernstunde mit Oliver Geiselhardt in der Guten-Morgenshow ab 5 hier bei rpr1. Nachzund. 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 Vielen Dank.